Liebe Karolinerinnen und Karoliner, das ist jetzt eine Kurzwoche. Wir hoffen natürlich, ihr habt euch am Montag, Dienstag auch etwas erholt. Das Wetter war ja turbulent. Das hat auch Herr Maurer mitbekommen. Matthias Maurer, unser Astronaut, ist immer noch nicht gestartet. Nach neuesten Meldungen soll es jetzt, nachdem es dann zum dritten Mal verschoben ist, am Montag früh losgehen. Ja, dann ging für uns am Mittwoch die Schule los. Aber irgendwie, so richtig ging es nicht los. Wir waren nicht online. Was war passiert? Man hatte in Neustrelitz ein Kabel getroffen. Man wollte eine Wasserleitung verlegen. Und da gibt es das sogenannte Horizontal-Bohr-Spül-Verfahren. Ein typisch deutsch zusammengesetztes Wort. Und da hat man dann auf dieser Länge von 180 Metern, ihr müsst euch das ungefähr schematisch so vorstellen, die Straße wird nicht aufgebuddelt. Man legt sozusagen mit diesem Verfahren dann einen Kanal. Und da hat man halt diese Leitung, diesen wichtigen Punkt getroffen. Und damit war es natürlich zappenduster. Ihr habt ja auch vielleicht solche Maschinen schon mal stehen sehen. Meistens jetzt hier sozusagen für Breitband. In diesem Fall ging es um eine Wasserleitung. Aber am Mittwoch ging es dann sozusagen nicht weiter. Dann am Donnerstag. Und was auch weiterging am Donnerstag, war dann natürlich unser PCR-Pool-Testing auf freiwilliger Basis. Insofern wirklich Dank an euch alle, die ihr da mitmacht. Das hilft uns, diesen Vorlauf zu schaffen, denn das Virus ist nicht aus der Welt. Ihr bekommt das ja alle mit. Die Zahlen steigen. Und insofern, wie gesagt, Dank an euch, aber auch Dank an uns alle, die wir das ja hier zusätzlich organisieren. Und an vielen Schulen treten jetzt ja mittlerweile auch positive Fälle auf. Auch da ist das Verfahren geklärt. Wir haben das auch noch mal kurz verschriftlicht. Die Schüler werden dann informiert, dann die Eltern. Und das Gesundheitsamt sozusagen ist dann die Stelle, die die Informationen an die entsprechenden Elternhäuser gibt. Man kann sich aber jederzeit auch als Schüler, als Elternteil an uns wenden, wenn man bestimmte Auskünfte haben will. Die Klassenlehrer werden dann parallel informiert und die informieren dann die Fachlehrer. Also schaut euch das an. Wir haben es noch mal verschriftlicht. Was ihr euch auch anschauen sollt, ist, wir haben ja immer am Montag und am Dienstag und Donnerstag die Testung durchgeführt. Insofern zum letzten Mal Dienstag am 9.11. und am 11.11. Donnerstag. Und warum sage ich Montag? Das Verfahren switcht dann in der Folge auf Montag, Donnerstag. Ja, und das heißt, der erste Montag wäre dann der 15.11., der Donnerstag bleibt, wäre der 18.11. Und so geht es weiter, dann nicht Dienstag, sondern wieder Montag, 22. und Donnerstag, 25. bis zu den Weihnachtsferien. Und insofern auch immer wieder die Mails, die jetzt kommen, deshalb auch noch mal zusammengefasst hier die Antwort. Ja, der nächste Impftermin ist für die, die es wollen, auf freiwilliger Basis am 10.11. Und kann man sich noch anmelden? Ja, aber schnell. So, und insofern, das Wetter wird nicht unbedingt besser. Ich würde sagen, zieht euch warm an, seid gegrüßt und bleibt gesund.